Guten Tag. Guten Tag. Und Mahlzeit? Äh, ja, hier, ähm, äh, renkt und so, ne? Ja, wir versuchen's, wir trauen uns. Ja, ähm, hier, Noobs und so. Wo spawnen wir denn bitte? Wo, 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 wo darf ich jetzt spawnen? Ich würd' Gepäckraum nehmen, weil da kann der Glass schon mal nix machen. Äh, es ist halt ganz unten, gell? Ja, also gleich mal versuchen, erst'n Punkt zu holen. Ich bin auf jeden Fall im Gepäckraum. Ja. Ja, gut. Ach, der Kapkan kann diese, ähm, diese, diese, äh, Stacheldrandfallen legen, ne? Ja, diese Laser-Dinge. Nein. Die hier fallen. Da geb' ich dir gleich nen Tipp. Benni, Kondome. Ach so, es ist nur Protect, äh, es ist nur Protect. Da hinten rechts einen anmacht. Moment, Moment, Moment. Die Scheiß-Ross schießt mich an und des, ähm. Wo soll ich was hinmachen? Hier einen Kapkan. Bomme. Hier in den Gang, oder was? Ja, die Tür halt rechts. Äh, Bob. Wo ist denn alles noch, gell? Genau. Auf der Tür hier auch, bitte. Ja, und jetzt kannst du dir noch ausrufen, ob's der, äh, irgendwo da, oder der, der Bandit grad zum Grund hast, hier einen in den Max. Auf 4 ist located, der Biohazard Container. Oder in dem neben, also in dem Gang. Ich hab's schon eingemacht, jetzt. Ey, defrost, kurz. Mann. Kann man die bitte rausspüchen? Ich mach echt extra Blur, lass mich prob, dass er rechts bei mir vorbei kann. Ey, ich will links vorbei gehen. Ey, ich will links vorbei gehen. Hehehe. Du kannst dich auch da wieder hinlegen und die ein Loch reinmachen, wenn sie von oben runter gesprungen hinkommen. Könnt jemand daneben noch verstärken, ne? Die daneben, ja. Achtung, geht schon los, Frost ist schon auf. Oh mein Gott. Achtung, die machen über uns auf. Oh, Treffer. Ich use ihn doch hier. Bin down. Komm zu mir. Geht's? Ja, nein. Genau. Haben mich von oben noch geholt. Es sind zwei Stück. Und vor uns kommt auch einer. Vor dir. Oh, der Montan oder so. Nee. Das ist heavy. Oh, wenn ihr das war. Oh. Alter. Alter, ich hab doch die Grenade aufgespielt. Ich hab ihn noch gesehen. Ja. Ja. Okay. Aber keine Chance gehabt. Ich glaub ich hab ihn sogar noch getroffen. Hui. Was? Der hat Schildfuse ist ja gemein. Ich nehm gleich. Wo steigen wir ein? Äh, ich würde... Da bei dem Retorten-Eingang oder was das sein, wie der heißt. Reporter-Eingang. Reporten einen. Reporten einen. Reporten einen. Geil. Was ist denn ein Reporter eigentlich? Geil. Tobi leckt bei mir grad. Ne, bei... Fuck, bei mir leckt ihr. Tobi, hallo. Aber mein Ping ist bei... Rainbow Zone ist in Ordnung. I'm a Robo Tobi. Ja. Ah, ich glaub das ist zu spät vielleicht. Das kann auch sein, ja. Auf wieder reset. Ah, jetzt geht's wieder weiter. Gut. Ich hab's. Ja. Ja. Jawoll, es ist in Ordnung. Ja. Ja, ich glaub... Ich hab's. Äh, eh... Cabo, äh... Ich bleib drauf. Äh... Hauptsache. Ich schau mal wieder was ich schnipen kann. Nein. Wo wollen wir rein, hier? Viel snipen geht leider nicht, glaub ich. Pass auf, ne, grad bei Flugzeug kommen die gern rauscrushed. Rauscrushed. Die Drohne können uns, nicht auf mich schießen. Entschuldigung. Boah, hier bewegen sich ganz viele nach rechts. Frost. Bob, wenn du rechts rauf gehen würdest, da wär Frost oben. Ja, das sind drei Stück, glaub ich, in Klub. Das war keine Absicht, dass ich auf deine Drohne geschossen hab. Ich hab nur ne Bewegung gesehen und reagiert. Hier ist Frost gewesen. Ja, von hinten. Aber eine. Ja. Ja, ich glaub, das macht ja keiner zu viel Sinn. Die war in ne anderen Richtung. Da hinten, ne? Ja. Ja, ne. Oh, hinten oben. Ne. Er hatte sich da ein Loch gemacht und da durchgeschossen. Benny, wie schaut's aus? Geht. Ja. Pass auf, dass von oben keiner kommt. Ja. Ding muss drauf grad. Ich geh grad drauf. Ja, die haben ja alles reinforced. Ja, haben sie. Ganz brav haben sie. Aber oben haben sie nicht reinforced, da wären sie böse. Fuck, außen. Fuck. Frost ist unten. Benny. Ja, warte. Da kannst du rein füsen. Ich hab nichts mehr. Achso. Ja. Okay, du bist zu ernstig. Oh, ja, ja. Ernst. Frost ist unten. Ja, der kommt an der Tuch. Let's ja aufschießen, Tobi. Da kannst auf. Äh, würde nix bringen. Du kommst nicht durch, wenn du aufschießt. Oh, Mann. Ja, aber mit seiner Schrot geht's, glaub ich. Ja. Schau, dass die ungeduldig waren. Da! Ah! Ah! Diese scheiß Frost! Ich hab echt... Ich glaub, dass sie oben sind. Läuft... Die Map, ey. Das regt doch auf. Die bleibt unten, oder? Die bleibt sicher unten. Und wie noch verzogen, obwohl ich mich schreck wieder. Das meine ich halt mit... Mit Rank, ne? Mit rausrennen und überall hinrennen. Ja, ja, ja. Boah, jetzt haben wir wieder Verteidigung. Back home. Haben wir verloren, kann man wieder nehmen, ja. Ja. Aber das war keiner von denen am Punkt. Ich hab zweimal reingeführt. Ja, wenn du die Kondome gelegt hast, rennst du hoch und schaust, dass die oben reinforced. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Und ich lauf. Weißt du, wie ich? Die Barsbröcke circa. So, einmal da, Schätze. Bobby, oder? Da einmal, Schätze. Ja. Und noch wo? Äh, warte. Ich markier. Ah, da. Hab schon. So, wo muss ich zu karschen? Alter, das ist zu. Wo denn? Weil das ist wieder runterkommen. Na, passt schon. Er ist jetzt allein unten, gell? Wir zwei? Ja, Jäger ist oben. Wer ist halt jetzt? Wir sind allein unten. Mach einfach Gegner von hinten. Okay, dann. Das ist dann heiß. Und wird wieder keine Kondome genommen. Du? Oder irgendeinen? Ich hab. Fängt einer. Ich hab auch. Die hab ich selber gelegt. Oh, das heißt nichts. Ja. Holt uns die weg, bitte. Ist eh gut, wenn ihr es schafft. Ja, wie viel Leben hat er denn? Fusen? Hab ich. Bob, jetzt bist du alleine. Du, keine Ahnung, wo der geschießt hat. Wo ist denn der Bob? Hier ist der Bob. Ich glaub, die callen von hinter dir. Ah, oder von? Von genau da, wo du jetzt hinschaust. Roll. Da oben ist einer. Genau. Genau von da kommen sie. Probier ich auf dem Vizier mal. Warte. Ja. Ah, jetzt. Hast du gesehen? Ja, die Vierwaffe. Achtung, irgendwo hab ich was gehört. Ja, ich weiß, da vorne ist da unten was. Der Baller da unten. Da, bei meinem Schild. Bei meinem Schild. Schau rechts vorm Schild. Rechts vorm Schild. Da zwischen Schild und Wand. Da muss er rein. Ja. Bisschen höher. Gut. Das müsste Kopfhöhe sein, wenn er, wenn er geschlichen kommt. Ich hab nur keine Kamera, wo ich dir sagen kann, wenn er kommt. Die ist da unten, gell? Ja. Ja. Eben drauf zumindest. Ja, entweder der Bob kriegt ihn dann oder der Benny. Nee, nee. Jetzt komm, da siehst du den Laser. Was macht denn die Frost? Bleib. Warte, Benny. Lass ihn. Schau auf Laser. Wer kommt? Ah, doch nicht. Jetzt weiß ich nicht woher... Nee, rechts. Ja, nice. Ja, nice. Ja, nice. Auch wenn es die Fuse war. Äh, die, die Frost war. Die Frost, ja. Wer es ist, ist ja egal. Boah, was für ein Glück einfach. Ja, aber echt. Das war echt auf die Arme. Was ein luckshot. Das war auf Arm und Bein. Gut, dass der schon leicht down macht. Ich nehm wieder den Retorten Eingang. Den Reported Entrance, gell? Ja. Retorten Eingang. Das ist Reported One. Äh. Ja, aber wenn er in den Raum reingewalt hätte, hätte der Bob cool, ne? Bitte was? Wenn er in den Raum reingewalt hätte, hätte der Fuse hast du cool. Find the Biohazard Container Location. Ja, ja. Da war zwar schon aufgesprengt, wo der Bob dann hingezielt hat. Da muss er halt schauen, dass er auf Kopfhöhe ungefähr, ne? Also wenn er gecroucht kommt, ist das Kopfhöhe. Und wenn er normal läuft, schießt, gibt es ein 2 im Bauch. Dann ist er eigentlich auch. Hier unten sind so. Okay. Die wollen's jetzt safe machen, ne? Okay, Geheimgang haben's noch offen. Ach, scheiße. Das meine ich. Die machen auf und schauen draus. Das ist bei uns der Reporter eigentlich. Ah, jetzt macht's ja die andere Seite wahrscheinlich. Äh, den. Okay. Also aufpassen, ne, Frost. Guckt. Ja, mit ner Schrot. Genau. Und er wird auch wieder pushen. Feind draußen, schau. Tschüss. Haha. Wir müssen da organisiert vorgehen. Ich schau nach hinten. Okay. Ja, okay, eh nehmen wir mal einen Umweg. Haha. Halt, die Drohne schreckt. Halt, die Drohne schreckt. Also mal rein. Alter, das geht schon gar nicht da. Viel zu hoch. Naja, er kriegt mich am Kopf. Alter, was los? Okay, fix. Ah. Nice, Bob. Schade, ich hab's nicht gesehen. Hey, Leute, nice. Und mein Castle. Der ist, ah, der ist auf dem Platz. Der liegt da. Der Castle, ja. Bob, rechts, rechts, rechts ist offen. Schau mal rechts, da gehst du mal rein. Pass auf, das Loch auf. Ob das da rechts ist. Von da könntest du ihn erwischen. Bob? Was denn? Was denn? Ja. Wir markieren da und projektieren. Lauf rechts, lauf rechts an das Loch. Schau, dass du ihn von da siehst. Okay, er hat eine Drohne. Da liegt er. Ja. Da schaut er gleich vor. Links von hier. Fuck, fuck, fuck. Sag da, siehst ihn. Ich hab den Null getroffen. Da, da, da. Da, hoch, 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 hoch. Stopp. Das ist die Waffe. Da! Ah! Fuck. Warte, ich hab den Null getroffen. Wie war das möglich? Benni auch. Äh, Bob auch nicht. Hab den auch nicht gesehen. Aber... Boah, Alter, was ein Lockshot. Okay, er kriegt ihn. Oh, langsam. Junge, mach langsam. Ich hab den nicht gesehen, ey. Ja, jetzt muss er aber auch aufmachen, ne? Ja, jetzt geht er down. Wenn er da jetzt kommt, ist er down. Ja! Nice! Geil! Irgendwie gefällt mir das Team. Irgendwie gefällt mir das Team. Ja, der hat das schön gemacht. Der hat jetzt halt nicht auf die Tür geschossen und ein Dabo aufgesprung, gesprengt hat. Gut. Mann und Mann. Ich nehm wieder Kassel. Ja, ähm... Ja, Besprechungszimmer ist ganz... Gut, da müssen wir nur auf den Snipe halt aufpassen, ne? Wir haben uns schön in Ausgleich gehoht. Hier geht dein Büro... äh... Büro... Ja, 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 ja. Ich kann das da... Vor mir steht der andere. So, jetzt haben wir mal dazu gemacht. Warte, Benni, da mach ich was Gescheites hin. Ich bin Kassel. Wir brauchen drei Leute im Raum, ne? Wo du hast, er nimmt ein Schild wieder mit. Ja, Benni, kannst du mir das da herstellen? Oh, der hat auch gemacht. Die laufen, die laufen, die laufen! Ja! Boah! Bob macht Zug! Ja, mach ich! Boah! Wobei, ich könnte es zu Kasseln, aber nein. Benni, stellst du mir das? Äh, ich will das so eher herstellen. Jawohl. Friendly Fire. Ich hab jetzt mal so zugemacht, wenn die Tür da aufgeht. Ja, passt auf. Man hört's ja, wenn die Tür aufgeht. Oh fuck, kann hier einer noch Reinforcen? Ja, ich find's Borders. Hat noch einer Reinforcen? Ja, ich kann auch Reinforcen. Wo denn? Da, bitte. Ja, ich bin auf dem Weg. Habt ihr die Drohne? Hab ich ja. Nice, jetzt gehen sie erwarten. Du hast inzwischen recht, oder? Das geht so. Oh, da braucht man zwei unsurft. Vorwürgen? Ja. Hast du wieder? Okay. Achso. Ah! Run, run, run! Brauch auf, nach hinten! Komm zurück, komm zurück! Viel weiter, viel weiter, viel weiter! Ich glaub jetzt geht's. Ich heil dich schnell. Wo ist der? So, und zurück. Wir sind unten durchgeschossen, oder wie? Ja, da ist ein Loch, und wenn er die Treppe hochkommt, der wusste, dass wir hier sind. Oh, jetzt lese ich noch mal der Fuse da. Ja. Da durch die Tür wird jetzt angekommen. Hä, wie kann jetzt da hinten sein, bitte? Wir werden jetzt einfach unten beamen. Achso. Ja. Ja, er soll in der Frost holen, ansonsten, wenn er da durch das... Ja. Ich schau voll auf dich, Benny. Ja, pass auf, ich schieße auf die. Den Traitor. Aber ist noch nicht gefused, gell? Nee. Nee. Er kann über uns aber auch nicht. Na doch, er kann durch den Boden. Nee. Unser Boden ist nicht fusedbar. War doch scheiße. Ja, denke mal. Wir werden durch den Fuse da. Wo? Jetzt fused der... Echt? Ja. Also... Von wo, von oben oder von... Ja, von oben, näher hin. Hat er gefused. Okay, okay. Nice. Der wird jetzt hier wahrscheinlich runter springen, denke ich. Wenn dann der Bandit nicht vorher schon holt. Oder ich einen Frost holen. Hat er nochmal irgendwo gefused? Bob, du schaust auf die Treppe, ne? Ja. Ich mach dir hier mal zu, weil dann hören wir, wenn er reinkommt. Und jetzt da. Wieder keiner gestorben von... Rush, 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 rush. Ja. Was wollte der bitte machen? Witzig. Witzig. Die werden wieder unten reingehen, denke ich. Sag was. Ich geh Haupteingang. Ich denk, die sind wieder unten. Hm. Ist er halt, ja. Die Glory hole. Ne, sind hier. Die schießen sich schöner gegenseitig, ja. Ja, wenn wir jetzt gewinnen, haben wir das, ne? Das ist ein Matchball. Ja, die sind unten, ne? Nein, die gewinnen ist Matchball. Bitte? Die gewinnen ist Matchball. Ja, wir. Ja, wir haben jetzt Matchball. Wir brauchen ja nur einen Sieg noch. Boop. Pop. Ja, so ist das. Nobody knows. Nobody knows. But it's Robin. I see. Ist da Fuse von der Boden? Fein draußen, fein draußen. Ja, unten draußen. Das sind bei uns. Benni, da ist ne Kamera. Ja. Ja, dann mach sie. Ich hör auf der Treppe welche. Ist der Boden fusebar? Glaub ned. Wartet, bis wir wohl auch drüber sind. Da ist der draußen gewesen. Gewesen? Ja, noch immer mein ich. Ist halt sauer. Hier kommt man nicht durch, ne? Hier kommt's nirgends zum... Warte, da drüben ist der Holzbohrn, oder? Jawohl, da ist der Holzbohrn. Warte. Boom. Airfuse. Ist zwar nur noch defrost, aber... Geh rein, geh rein, geh rein. Ah! Ist da auf der Treppe. Ja. Benni, geh doch einfach im Bereich. Äh, loll. Was für ein Glück, alter. Ich dachte... Ach, Benni. Alter, unser Team ist in mein Fuse-Ting reingelaufen. Alter, was war das denn? Sei doch was für ein Glück, ey. Nein! Ihr habt fast auf den geschossen auf den Tobi. Ja, war ordentlich. Zwei Kills hab ich nur gemacht, was? Tobi, ich bin abgedrinkt. Ein Kill, ein Assists. Nein, ich bin aufgedrinkt. Ich bin Kupfer 4. Kupfer 2. Kupfer 4. Wo seh ich denn meinen Rang? Und ich bin nur ohne Rang. Ja, du hast ein paar Spiele gerankt spielen. Okay. Na gut, wenn euch das gefallen hat, Kanal abonnieren! Daumen hoch. Daumen hoch. Vielen Dank.